Heute sprechen wir über die Grundlagen, was es heißt, Gottes Stimme zu hören. In dieser Kirche sollte eigentlich niemand sitzen, der Jesus kennt und nicht regelmäßig auf Gottes Stimme hört. Ich würde sagen, dass es für einen Gläubigen genauso wichtig ist, Gottes Stimme zu hören, wie die Bibel zu lesen. Diese beiden Dinge gehen Hand in Hand. Tatsächlich ist es der Heilige Geist, der uns die Bibel lehrt. Kein Pastor, kein Theologe und kein Prediger kann sie besser die Bibel lehren als ihr Autor selbst. Das ist der Grund, warum wir als Gläubige die Stimme Gottes hören und kennen müssen. Aber weil es sich so mystisch für diejenigen anfühlt, die es noch nie erlebt haben, ist es eines der Dinge, vor denen wir manchmal ein bisschen Angst haben. Dabei ist es gar nicht so mystisch. Wir gehen heute näher darauf ein. Es ist vollkommen normal für einen Christen. Ich hatte gerade angefangen, an Jesus Christus zu glauben und war etwa 16 Jahre alt. Ich versuchte, mein Leben auf die Reihe zu bekommen und hatte schon einige schlechte Entscheidungen getroffen. Meine Eltern hatten mich gebeten oder eher sogar verlangt, dass ich mit einer Gruppe von Freunden keine Zeit mehr verbringen sollte. Daraus erwuchs für mich eine Erfahrung, eine wertvolle Erfahrung. Ich lernte Jesus persönlich kennen und begann damit, einige Dinge in meinem Leben in Ordnung zu bringen. Nicht lange danach zogen wir nach Oklahoma und ich kam auf eine neue Schule. Ich kannte dort niemanden und wollte neue Leute kennenlernen. Und da war dieses süße Mädchen, das mich am Freitagabend auf ihre Geburtstagsfeier einlud. Ich war natürlich sehr aufgeregt, nicht nur, weil ich auf die Party gehen konnte, sondern weil ein schönes Mädchen mit mir redete. Ich ging zu dieser Party und war noch immer dabei, mein Leben in Ordnung zu bringen. Ich wollte mich keinen schlechten Einflüssen mehr aussetzen und nur noch Gutes tun. Ich wollte ein echter Christ sein. Ich kam also zu dem Haus und es war gerade mal 20 Uhr. Der erste Typ, der mir entgegenkam, sagte zu mir, Hey Mann, und ich, hey, was läuft? Und er, hey Mann, hast du Bock auf eine Bong, Mann? Ich bin sicher, sie wissen nicht, was das heißt. Es bedeutet, möchtest du Marihuana rauchen? Möchtest du Gras rauchen? Ich sagte, nein Mann, schon in Ordnung. Und sofort danach war das Erste, was ich dachte, ich muss nach Hause. Ich begann, mich zum Ausgang zu bewegen und machte mich bereit, die Party wieder zu verlassen, und auf einmal hörte ich so etwas wie eine Stimme. Boom! Und ich blieb wie angewurzelt stehen. Es war der Herr. Das war das erste Mal, dass ich die Stimme des Herrn hörte. Und die Stimme sagte zu mir, geh zurück, das ist ein Ort, an dem Menschen wie du sein sollten. Ich dachte, was? Ich hatte dieses Bild in meinem Kopf, als Christ war es meine Aufgabe, mein Leben von allem Bösen, wie diesem hier zu reinigen, stimmt's? Das böse Gras. In Kalifornien ist es eher, naja, wie auch immer. Ich sollte mich eigentlich fernhalten von solchen Orten, aber die Stimme sagte, nein, du musst zurück an diesen Ort gehen und leuchten. Ich wusste nicht genau, was das bedeutete, aber ich ging zurück, und sie sagten, Hey, da bist du ja wieder, komm, rauch mit! Ich sagte, nee, Mann, mach ich nicht, aber eine Umarmung gebe ich dir. Er meinte, Umarmung ist auch gut, Alter, Umarmung ist auch gut. Ich war auf dieser Party, und Partys sind eigentlich etwas Gutes, aber diese Party war außer Kontrolle. Es war eine Highschool-Party, wie man sie nur aus Filmen kennt. Ich versuchte, irgendwie präsent zu sein und dort ein guter Mensch zu sein. Letzten Endes unterhielt ich mich mit einem Mädchen. Ich wartete ab und war gespannt, was so passieren würde. Es vergingen Stunden, bis wirklich irgendetwas passierte. Ich versuchte, auf Gott zu hören. Warum wollte Gott, dass ich hier bin? Ich fühlte mich unwohl und unterhielt mich letzten Endes mit einem Mädchen. Sie war nicht besonders schön und nicht mein Typ. Ich denke, das ist wichtig zu sagen. So war es nicht. Es war einfach ein Mädchen, und ich begann, ihr meine Geschichte zu erzählen, und sie fing an, mir ihre Geschichte zu erzählen. Ich erfuhr, dass sie heroinabhängig war, dass sie sich regelmäßig ritzte, dass sie in der okkulten Szene unterwegs war, und dass sie und ihr neuer Freund all dieses bizarre, okkulte Zeug ausprobierten. Ich erzählte ihr von Jesus und meinem Lebensweg. Ich sagte ihr, du brauchst in diesem Sumpf nicht zu bleiben. Du kannst frei davon sein. Du kannst Jesus kennenlernen und zum Glauben kommen. Und so war es ganz unschuldig. Zwei 16-Jährige unterhalten sich, und einer davon ist ein frisch bekehrter Christ. Ich habe ganz unschuldig über meinen Glauben gesprochen und sie eingeladen, den Schritt zu wagen. Wir haben uns lange unterhalten, wirklich lange. Schließlich fragte ich sie, möchtest du Christ werden? Möchtest du Jesus nachfolgen? Und in der gleichen Sekunde, wo ich sie fragte, bekam sie eine Pager-Nachricht. Es war eine Nachricht von ihrem Freund, und da stand 666. Es war in dem Moment, in dem ich sie gefragt hatte, ob sie anfangen wollte, an Jesus zu glauben. Sie nahm den Pager, schaltete ihn aus und sagte, ich bin mit diesem Leben fertig. Ich möchte Jesus nachfolgen. Also betete ich mit ihr, und dann ging ich nach Hause. Es war so, als wenn das der Grund gewesen wäre, warum ich da sein sollte. Ich sollte da sein, um dort mit diesem Mädchen zu reden. Als ich das getan hatte, fühlte ich mich wie befreit. Ich fühlte dieses, okay, du kannst jetzt gehen. Ich ging heim, und das war der Anfang. Ich sah, wie dieses Mädchen anfing, in die Kirche zu gehen, und Freunde in die Jugendgruppe mit dem Namen 180 einlud. Das Letzte, was ich von ihr gehört habe, ist, dass sie jetzt Jugendpastorin in einer Baptistengemeinde ist. Sie hat ihr Leben vollkommen umgekehrt. Eine tolle junge Frau. Ich habe sie vor circa 15 Jahren das letzte Mal getroffen. Ich denke an diese Zeit, und ich denke an das, wovon ich dachte, dass es das biblisch Richtige wäre. Geh solchen Partys aus dem Weg. Aber der Herr sagte, nein, das biblisch Richtige ist, dass du das Licht der Welt bist. Du bist das Salz der Erde. Ich habe dich nicht dazu berufen, steril zu sein, fern von allem und verurteilend. Ich habe dich mitten in die Welt hineingerufen. Das hat nicht nur ihr Leben verändert, sondern es hat auch mein Leben für immer verändert. Es hat mich herausgefordert und dazu gebracht, einige Leute zum Glauben zu führen und mit den Menschen über den Glauben zu reden. Es war der Beginn meines Lebens als Christ. Ich habe etwas über uns Gläubige herausgefunden. Ich weiß nicht, wie es bei ihnen ist. Viele von ihnen sind reife Christen. Ich weiß nicht, wie ich als Nachfolger Jesu leben sollte, ohne die führende Stimme Gottes in meinem Leben. Ich wüsste nicht, wie ich den Weg Gottes gehen sollte, ohne seine Anweisungen von oben zu hören. Darüber werden wir heute sprechen. Was bedeutet es, die Stimme Gottes zu hören und wie folgen wir dieser Stimme? Das Erste, was ich dazu sagen möchte, bevor wir über den heutigen Bibeltext reden, ist Folgendes. Wir sollten uns nicht danach sehnen, Gottes Stimme zu hören, um Antworten zu bekommen. Wir sollten uns nach Gottes Stimme sehnen, weil eine Unterhaltung der einzige Weg ist, um mit jemandem eine Beziehung aufzubauen. Hören Sie genau zu. Der Hauptgrund dafür, dass wir Gottes Stimme hören, ist, weil die Beziehung zu Jesus das Wichtigste ist, was wir haben. Auch wenn wir sehr oft auf die Stimme Gottes hören, um Leitung, Antworten und Richtung zu bekommen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich habe herausgefunden, dass Gott den Menschen nicht allzu oft alles genau erklärt. Meistens, wenn ich um Antworten gebeten habe, habe ich keine bekommen. Ich habe Trost bekommen. Ich höre, vertrau mir. Ich höre, mach einfach weiter. Ich frage dann, wohin führt das alles? Und ich höre, vertrau mir einfach, mach weiter. Ich frage mich manchmal, ob ich nicht einfach aussteigen würde, wenn er mir sagen würde, wohin alles führt. Verstehen Sie? Auch wenn Gott immer wieder Richtungen weist und Antworten gibt, ist der wichtigste Grund, warum wir seine Stimme hören müssen, immer noch die Beziehung zu ihm. Wie kann man eine Beziehung mit jemandem haben, wenn man nie mit demjenigen spricht? So viele von Ihnen fühlen sich wie bei einer einseitigen Unterhaltung. Sie reden die ganze Zeit auf Gott ein. Sie beten ständig. Die ganze Zeit, Sie sagen Gott alle möglichen Dinge, aber hören nie etwas. Absolute Funkstille. Ich möchte das ansprechen, denn es muss nicht so sein. Sie können die Stimme Gottes hören, und das wird Ihr Leben auf so reiche und außergewöhnliche Weise segnen. Es gibt Ihnen solche erstaunliche Stärke und Kraft inmitten von Unglück, Leid und Schwierigkeiten. Wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie das Johannes-Evangelium Kapitel 10 auf. Das sind die Anweisungen von Jesus an seine Schafe. Johannes 10, Vers 1. Ich sage euch die Wahrheit. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür, und die Schafe erkennen ihn schon an seiner Stimme. Dann ruft der Hirte jedes mit seinem Namen und führt sie auf die Weide. Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht erkennen. Jesus benutzte dieses Gleichnis, aber die Pharisäer verstanden nicht, was er ihnen sagte. Deshalb erklärte er ihnen, Ich sage euch die Wahrheit, ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen, und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben, und das im Überfluss. Ich komme hiermit zum Schluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Und Jesus spricht noch weiter über dieses Thema. Zu biblischen Zeiten kam dem Leben eines Hirten eine große Bedeutung zu. Schafe waren ein wichtiger Teil der israelischen Wirtschaft. Ein Hirte kümmerte sich normalerweise auch um Schafe, die ihm nicht gehörten. Es gab also einen Hirten und diese vielen Schafe. Diese Schafe waren ein Symbol für Wohlstand, Macht und Bedeutung eines Dorfes oder einer Stadt. Eigentlich sollte man annehmen, dass die Schafe eines Hirten nur ihm gehören würden, aber tatsächlich gehörten sie einem ganzen Dorf. Er trug also nicht nur die Verantwortung für seine Schafe, sondern die Verantwortung für die ganze Gemeinschaft. Mit anderen Worten, wenn der Hirte in seinem Job versagte, dann sind es nicht nur er und seine Familie, die leiden müssen, sondern das ganze Dorf, der ganze Stamm. Darum benutzt Jesus dieses Beispiel, in dem der Hirte dem einen verlorenen Schaf hinterherläuft. Ein Hirte macht das, weil es seine Verantwortung ist. Er muss dieses Schaf retten, weil er weiß, dass es nicht nur sein Schaf ist, sondern es allen gehört. Hier ist der Knackpunkt. Die Hirten waren besonders im Sommer wegen der Trockenheit in Israel ständig in Bewegung. Sie zogen hierhin und dorthin, immer auf der Suche nach grünen Weiden. Manchmal waren sie Meilen um Meilen von der Stadt weg und waren auch über Nacht fort. Und natürlich gab es alle möglichen Gefahren für Schafe, nicht wahr? Schafe sind ja eigentlich so etwas wie Steaks auf Beinen. Ein Wolf sah sie schon von fern und dachte sich, meine Güte, was für ein köstliches Abendessen. Die Schafe waren ständig in Gefahr, nicht nur wegen der Wölfe oder anderen Raubtieren, nein, auch wegen des Wetters, oder sie konnten verloren gehen. In Israel wurden die Schafe nicht wegen des Fleisches gehalten, sondern wegen der Wolle und der Milch. Darum waren sie so etwas wie Haustiere, fast wie Freunde der Hirten. Die Hirten waren damals meistens auch ziemlich einsam. Darum wurden sie zu ihren Freunden. Sie waren draußen unterwegs und es war so wie mit dem Hund ihrer Familie. Die Schafe hatten wahrscheinlich sogar Namen und der Hirte wusste genau, wie sie aussahen. Jedes einzelne hatte seine Besonderheit. Es gab Braunbein und Knabberzahn und Flohkiste, was noch für Namen? Keine Idee? Wollen Sie nicht mitmachen? Es gab also all diese lustigen Namen für die Schafe und der Hirte rief sie beim Namen. Komm, Schnarchnase! Okay, ich glaube, Schafe schnarchen nicht, doofer Name. Na gut, vielleicht ist es Ironie. Kommt ihr, Schnarchnasen, wir müssen los! Die Hirten waren mit den Schafen unterwegs und manchmal laufen Schafe eben weg. Wenn dann gezählt wurde und sie sahen, dass eines fehlte, dann riefen sie nach ihm und dort hinten über den Hügel kam dann ein Schaf zum Vorschein. Historiker haben bestätigt, dass die beduinischen Hirten in Palästina nach ihren Schafen riefen. So wie Jesus es erzählte, liefen die Schafe immer wieder weg, aber wenn die Hirten riefen, kamen sie zu ihnen. Das Erste, was wir uns über Hirten merken müssen, ist, dass ein Hirte immer zu sich ruft, nie von sich wegschickt. Darum ist einer der ersten Gründe, warum Sie Gottes Stimme hören können, weil Gott Sie locken möchte, ihm näher zu kommen. Wir denken immer, dass Gott uns nur wegschickt. Wir glauben, dass Gott uns sagt, dass wir nach links gehen sollen oder nach rechts, geh hier hin, geh dorthin. Aber meistens sagt Gott, komm näher zu mir. Lass uns zusammengehen. Es kann sein, dass viele von uns die Stimme Gottes nicht hören können, weil wir zu weit von ihm entfernt sind. Wir sind zu weit weg. Interessant ist auch, dass die Hirten, während sie da draußen waren, eine echte Freundschaft zu ihren Schafen entwickelten. Sie würden ihr Leben aufs Spiel setzen, um ihre Schafe zu beschützen. Sie hatten übrigens einen komischen Weg, um nachts ihre Schafe zu beschützen. Manchmal hatten sie einen normalen Stall, wenn sie gerade im Dorf waren. Aber gerade im Sommer, wenn sie mit den Schafen draußen unterwegs waren, suchten sie sich entweder eine Höhle oder sie bauten eine Art Gehege. Ja, so sah es aus, das rechte Bild. Eine Art Kreis mit einer Öffnung. Wie funktionierte das? Es gab eine Öffnung hier auf der linken Seite, und der Hirte legte sich genau so direkt auf der Seite in diese Öffnung hinein. Er lag die ganze Nacht so auf der Seite. Wenn ein Schaf diesen improvisierten Stall aus Steinen und Stöcken verlassen wollte, dann musste es erst am Hirten vorbei oder über ihn hinüberklettern. Auch wenn ein Raubtier hinein wollte, musste es zuerst am Hirten vorbei, nicht wahr? Als Jesus sagte, ich bin die Tür, meinte er das wörtlich, und seine Zuhörer wussten ganz genau, wovon er sprach. So wie der Hirte nachts vor dem Tor liegt und dort schläft. Niemand kommt hinein oder hinaus, es sei denn über den Hirten hinweg. Er sagt genau das. Er sagt, ich setze mein Leben aufs Spiel für diese Schafe, um euch zu beschützen. Tim Keller hat es am besten gesagt. Er sagte, es gibt so etwas wie ein wildes Schaf nicht. Das ist das Komische an Schafen, finden Sie nicht? Sehen Sie, wenn man es freilässt, würde jedes andere Tier sagen, ich bin frei. Ein Pferd zum Beispiel würde sich aus dem Staub machen. Ein Hund, und weg ist er. Wenn man ein Schaf freilässt, dann trottet es ein paar Schritte nach draußen, schaut zu dir zurück und macht, meh. Schafe sehen irgendwie ängstlich aus, wenn sie irgendwo alleine sind, nicht wahr? Besonders, wenn sie alleine irgendwo sind und wahrscheinlich denken, was mache ich hier eigentlich? Was passiert hier? Wo ist mein Hirte? Dann sieht es zwei andere Schafe und schleicht sich dazu. Sie bilden eine kleine Gruppe und gehen erstmal zusammen weiter. Schafe sind nicht die Schlausten. Ich habe gehört, dass das sogar stimmt. Ich habe keine Quellenangabe dazu, aber ein Bauer hat mir mal Folgendes erzählt. Wenn man ein Schaf anzünden würde, würden alle anderen Schafe dazukommen und sich zu dem Schaf stellen, sodass ziemlich bald alle anderen Schafe auch brennen würden. Ich weiß, ist das nicht traurig? Es sollte witzig sein, aber es kam traurig und gemein rüber. Schafe sind keine wilden Tiere. Sie kümmern sich nicht besonders gut um sich selbst. Sie sind abhängig von ihrem Hirten. Wenn sie sich jemals zu weit von ihrem Hirten entfernen, sind sie tatsächlich in tödlicher Gefahr. Hier sind wir also, wir Schafe. Jesus ist unser Hirte. Wir sind abhängig von ihm. Und wir sind abhängig voneinander als Gemeinde. Sehr häufig sind wir gerade draußen auf der Weide und eine Stimme ruft uns. Ist das die Stimme Gottes? Oder die eines Diebes oder Räubers? Wir hören Wolfsgeheul. Und wie reagieren wir? Nähern wir uns Jesus? Oder entfernen wir uns von ihm? Wir sind vollkommen von Jesus abhängig. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, Meine Schafe erkennen meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Viele von uns haben Folgendes schon erlebt. Vor allem, wenn sie Kinder haben, dann ist ihnen das sehr vertraut. Es ist wirklich interessant. Die meisten unserer Freunde haben Kinder, Kleinkinder oder Babys. Man ist zusammen in einem Raum mit etwa 15 Leuten. Die Kinder sind in einem anderen Raum mit einem Babysitter. Plötzlich hört man ein Baby oder ein Kleinkind weinen. Die Eltern dieses Kindes springen sofort auf. Ich habe das nie verstanden, bis ich selbst Vater wurde. Aber es ist erstaunlich, wie genau man weiß, wenn das eigene Kind weint. Bevor man Kinder hat, klingt das Weinen von allen Kindern gleich, nicht wahr? Aber wenn man Kinder hat, passiert etwas Komisches. Man sitzt mit 15 Leuten zusammen, ein Baby schreit und ein oder zwei Erwachsene springen auf. Das ist mein Kind, ich bin gleich zurück. Und sie wissen es. Sie wissen genau, dass es ihr Kind ist, auch wenn es genauso klingt wie alle anderen Kinder. Sie wissen es. Die Stimme Gottes zu hören ist so ähnlich. Wir sprechen oft darüber. Die Leute stellen die eine Frage. Woher weiß ich, wenn ich Gottes Stimme höre, dass es nicht meine Einbildung ist? Woher weiß ich, dass es nicht eine andere Stimme ist? Woher weiß ich, dass ich nicht vollkommen verrückt werde? Aber was passiert, während sie sozusagen geistliche Ohren entwickeln, ist, dass sie lernen, wie seine Stimme klingt. Und sind sie schon verwirrt? Nein, wir werden das Ganze ein bisschen weniger mystisch erklären, okay? Also, wie hören wir Gottes Stimme? Meiner Erfahrung nach spricht Gott mit den Menschen meistens auf eine dieser beiden Arten. Die eine ist tatsächlich hörbar. John, hier ist Gott. Gib dieses Jahr in der Fastenzeit bloß nicht den Kaffee auf. Gott tut das tatsächlich. Das ist etwas, was wirklich passiert. Es gibt eine Handvoll Menschen, die ich getroffen habe, die behaupten, Gottes Stimme tatsächlich gehört zu haben. Nur ungefähr die Hälfte von ihnen ist vollkommen verrückt. Die andere Hälfte ist zurechnungsfähig. Aber sehen Sie, das meine ich. Gott spricht auch hörbar zu Menschen. Viele der Menschen, die ich kenne, die sozusagen mit dem Heiligen Geist leben und solch ein Leben leben, würden sagen, einmal, zweimal oder dreimal in meinem Leben habe ich Gottes Stimme wirklich hörbar wahrgenommen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Hauptweg, auf dem Gott zu uns spricht, etwas ist, das man Eindrücke oder einfach Wissen nennen kann. Gott hat eine eigene Sprache und es ist nicht Deutsch, sondern Wissen. Also in dem Beispiel, wo ich zum ersten Mal so etwas wie Gottes Stimme gehört habe, habe ich Gott nicht sagen hören, Bobby, geh zurück und zieh dein Ding durch. Ich wusste es einfach. Das ist es, was Gott möchte. Es war boom, einfach da. Wenn ich es dann erklären soll, übersetze ich letztlich in meiner eigenen Sprache die Dinge, von denen ich weiß, dass sie wahr sind, um den Menschen zu helfen, zu verstehen, was Gott gesagt hat. Aber es ist nicht so, dass ich die Straße lang gehe und plötzlich, Bobby, ja, Herr, Bobby, ja, Herr, hier drüben. Für mich waren alle meine Erfahrungen, damit Gottes Stimme zu hören, mit Eindrücken verbunden. Es ist Wissen. Man weiß es einfach. Man weiß es einfach. Je länger man lebt und dieses Wissen sozusagen übt, umso sicherer wird man darin. Es kommt ein Punkt, an dem man etwas einfach weiß. Manchmal kann es einen auch echt nerven, die Stimme zu hören. Ich will ehrlich mit Ihnen sein. Es gab Zeiten, in denen ich Gottes Stimme gehört habe oder Gott mir etwas aufs Herz gelegt hat und ich dachte nur, oh Mann. Wissen Sie, es gibt Zeiten, in denen Gott sie herausfordert, sie vorantreibt oder sie überführt. Es ist nicht immer einfach nur so eine kleine niedliche Stimme im Ohr. Manchmal wird Gott Ihnen sagen, du musst umkehren. Du bestrafst deinen Ehemann. Du lästerst über die Menschen, die du behauptest zu lieben. Kehr um. Verstehen Sie? Gott spricht zu unserem Herzen, während wir unser Christenleben führen und ganz normale Dinge tun. Sie stehen im Laden an der Kasse, sie fahren die Straße entlang, sie sitzen im Unterricht und lernen oder sie sind bei der Arbeit und auf einmal haben sie eine Erkenntnis. Eine göttliche Erkenntnis. Ganz plötzlich muss ich das und das tun oder sagen. Manchmal ist es nicht einmal das. Manchmal ist es einfach eine Ermutigung. Ich hatte das schon öfter. Ich ging durch harte Zeiten und Gott sagte zu mir, ich möchte, dass du weißt, dass alles gut wird. Es ist unglaublich, wie passend und mächtig Gottes Stimme ist. Wie funktioniert es nun? Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie noch nie zuvor Gottes Stimme gehört haben, dann müssen Sie anfangen, Ihre geistlichen Ohren zu trainieren. Im Buch Elia, nein, nicht im Buch Elia. Ich glaube, es steht in Erster Könige. Es geht um Elia, den Propheten. Eine bekannte Geschichte. Elia rennt vor Esebel davon. Er flieht auf einen Berg. Gott ruft ihn hinauf, um seine Stimme zu hören, und er sagt ihm, dass der Herr vorbeiziehen wird. Elia ist in irgendeiner Höhle auf dem Berg und er hört Wind, einen mächtigen Wind, der vorbeizieht. In der Schrift steht aber, der Herr war nicht im Wind. Als nächstes kommt dann ein riesiges Erdbeben, ein großes Erdbeben, doch da steht, aber der Herr war auch nicht im Erdbeben. Danach kam ein riesiges Feuer, was auch immer das heißen mag. Irgendein großes Feuer brannte dort, aber der Herr war nicht im Feuer. Und dann steht da, dann sprach der Herr als ein leises Flüstern. Sehen Sie, so spricht der Herr zu unseren Herzen. Für viele von uns gilt, Gott spricht zu uns, aber wir hören nicht zu. Wir halten Ausschau nach dem Feuer, dem Erdbeben und dem Wind. Das erinnert mich immer an die Band Earth, Wind & Fire. Sie erwarten etwas Großes, etwas Mächtiges, etwas Offensichtliches, aber Gott ist leise. Gott tut die Dinge langsam, wussten Sie das? Er macht manche Dinge viel zu langsam, nicht wahr? Wie frustrierend. Gott tut die Dinge langsam. Er spricht an stillen Orten. Wenn Sie ständig Ihr Telefon bei sich haben, Musik hören, Fernsehen schauen und all diese Sachen, wie wollen Sie dann Gott hinter all diesen Erdbeben, dem Wind und dem Feuer hören? Tut mir leid, ich denke schon wieder an Earth, Wind & Fire. Wie wollen Sie zwischen all dem Krach, der in Ihrem Leben vor sich geht, Gottes Stimme hören? Wir müssen Raum in unserem Leben schaffen. Lange Gebetszeiten, in denen wir Gott Dinge fragen und dann für lange Zeit still sind, vielleicht an einem schönen Ort. In diesen Zeiten ist es manchmal sogar besser, nicht einmal seine Bibel mitzunehmen oder irgendetwas anderes. Kein Buch, kein Notizheft. Seien Sie einfach nur still und hören Sie zu. Vielleicht halten Sie Ihre Hände ungefähr so. Sie könnten das Gebet des Samuel beten. Sprich, Herr, dein Diener hört. Sie werden Dinge feststellen wie, ich glaube, Gott gibt mir den Eindruck, dass ich das hier tun soll. Aber Sie sind nicht sicher, nicht wahr? So können Sie es überprüfen. Das sind sozusagen die Stützräder. Sind Sie bereit? Nummer eins, stimmt es mit der Bibel überein? Das, wovon Sie denken, dass Gott es Ihnen aufs Herz gelegt hat, ist es gegensätzlich oder in Übereinstimmung mit der Bibel. Das ist das Allerwichtigste. Wenn Sie das schon mal haben, sind Sie ziemlich auf der sicheren Seite. Zweitens ist es im Sinne Jesu. In anderen Worten ist es etwas, bei dem Sie sich vorstellen könnten, dass Jesus es tun würde oder was Sie den Vater sagen hört. Und der dritte Punkt ist, ist es etwas, was geistliche Früchte tragen wird. Liebe, Freude, Frieden, Langmut und so weiter. Wird das, was Gott Ihnen sagt, eher Streit, Wut, Gericht und Schmerzen hervorbringen? Dient es dazu, andere zu manipulieren, um das zu bekommen, was Sie wollen? Diese Dinge sind vom Teufel, nicht wahr? Diese Dinge kommen nicht von Gott. Gott bringt der Gemeinde Einheit durch seinen Geist. Wenn Gott spricht, ist es biblisch. Es ist im Sinne Jesu, also das klassische, was würde Jesus tun, und es bringt Frucht. Wissen Sie, was so gut an diesem Test ist, an diesen drei Dingen? Selbst wenn es nicht Gott ist, ist es immer noch gut. Wenn Sie den Eindruck haben, eine Weisung aufs Herz gelegt bekommen zu haben, und es geht insbesondere mit diesen drei Dingen konform, entscheiden Sie sich, entsprechend zu handeln, dann ist es okay. Dann tun Sie trotzdem etwas wirklich Positives in dieser Welt. Darf ich Ihnen noch eine letzte Geschichte erzählen, bevor ich zum Schluss komme? Wissen Sie, was es bedeutet, den Namen des Herrn zu missbrauchen? Das ist eines der wichtigsten Gebote der zehn Gebote. Wir alle denken, den Namen des Herrn zu missbrauchen, heißt ständig, oh mein Gott, zu sagen. Ich habe eine Frage an Sie. Habe ich gerade den Namen des Herrn missbraucht? Nein, habe ich nicht. Es war vielleicht etwas unangebracht. Ich weiß nicht, ob das für Sie zählt, aber es gibt einen Unterschied zwischen Unangebrachtheit und Missbrauch des Namens Gottes. Zuerst, Gott ist nicht der Name des Herrn. Yahweh ist es. Und zweitens, im echten biblischen Verständnis bedeutet, den Namen des Herrn zu missbrauchen, so zu tun, als wenn Gott auf Ihrer Seite wäre. Oder etwa so zu tun, als wenn Sie Gottes Werk tun, selbst wenn es nicht so ist. In anderen Worten, Gottes Name, Yahweh oder Hashem. Ich möchte niemanden beleidigen. Gottes Name wurde dem jüdischen Volk gegeben. Das ist wirklich wichtig. In der nahöstlichen Kultur bedeutet, dass Gott seinen Namen einem bestimmten Volk gegeben hat, ungefähr so viel, als wenn Gott sagen würde, Ihr und ich, wir können uns duzen. Was das bedeutet, ist Folgendes. Indem eine Person meinen Namen kennt, kennt sie mich und repräsentiert mich. Gottes Namen zu missbrauchen bedeutet zu behaupten, ich tue das auf Anweisung Gottes hin, wenn das gar nicht stimmt. Viele von uns sind sehr misstrauisch, weil es Leute gibt, die sagen, hey, Gott hat mir das und das gesagt. Und alles, was es war, war Manipulation und bringt verletzte Herzen und Unheil. Es brachte keine Frucht. Es war nicht biblisch und es war für uns so offensichtlich. Komisch, mir hat Gott das nicht gesagt. Christ zu sein ist ein gefährliches Spiel. Wir denken, es ist ungefährlich, Dinge einfach nicht zu tun, aber das ist auch nicht ungefährlich. Darum sind das Training, das Erkennen und das Verstehen der Stimme Gottes, der Stimme des Hirten, die einzige Erlösung für uns. Ein Schaf kann nicht alleine leben. Schafe können nicht einfach dort stehen und im Stall bleiben. Sie müssen raus auf die Wiesen, um nicht zu verhungern. Aber wenn sie auf der Wiese sind, ist es gefährlich. Es gibt dort Wölfe und sie müssen beim Hirten bleiben. Wenn sie ihnen auch nur einen Augenblick aus den Augen verlieren, sind sie in tödlicher Gefahr. Jeder einzelne Mensch in diesem Raum ist dazu berufen, ein Weltenveränderer zu sein und einen positiven Unterschied zu bewirken. Ihr Alter ist nicht wichtig, egal wie jung oder alt sie sind. Ihr Hintergrund spielt keine Rolle. Egal wie sündig sie sind, wie sehr sie zweifeln oder wie unreligiös sie sind, Gott hat geplant, jeden einzelnen Menschen in diesem Raum zu gebrauchen. Wenn wir so gebraucht werden möchten, wie wir denken, dass er uns berufen hat, dann müssen wir zuhören. Wir müssen unser Gebetsleben sehr ernst nehmen. Wir treffen nicht vorschnelle Entscheidungen, sondern erlauben dem Herrn, in die wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens hineinzusprechen. Wir nehmen uns auch montags keine Pause von Gott. Wir müssen für ihn immer verfügbar sein, weil er scheinbar gern in den ungünstigsten Zeiten spricht, nicht wahr? Wir müssen ihm zuhören und ihm erlauben, uns zu gebrauchen und mit uns zu reden. Lassen Sie uns beten. Herr, danke, dass ich während der Predigt meine Krankheit nicht gespürt habe. Ganz ernsthaft. Herr, ich bete und glaube, dass ich diese Predigt halten sollte und dass sie die Menschen in dieser Gemeinde und bei Hour of Power verändert, weil sie nicht mehr in der Stille leben werden. Sie werden die beruhigende Stimme des Hirten hören. Die meisten Menschen, die diese Predigt hören, werden sagen, das war eine nette Predigt und sie werden nichts tun und weiter ihr Leben leben. Aber vielleicht, nur vielleicht, Herr, werden zehn Menschen diese Predigt hören und ihr Leben wird sich verändern, weil sie lernen werden, was es bedeutet, die Stimme des Hirten zu hören. Und so, Herr, bete ich dafür. Du brauchst nicht viele Menschen, du brauchst nur ein paar, die dich wirklich kennen. Und ich bete Gott, dass sie dich hören, Vater. Herr, du willst zu uns allen sprechen. Dir ist die Vergangenheit egal, du liebst uns so sehr. Und so beten wir darum, Vater, im Namen Jesu. Amen.